Im Januar 2006 besuche ich die kleine Stadt Lübben im Streewald. 85 Kilometer südöstlich von Berlin, des Pfarrers und Dichters Paul Gerhardt, letzte Wirkungsstätte, die Gurkenstadt, wie sie sich gern noch nennt. Die Paul Gerhardtkirche, rund um die Paul Gerhardtkirche im Zentrum, Baufahrzeuge, Kleintransporter, Baumaterial, ein Bagger. Das Gotteshaus wird renoviert. Man bereitet das Gebäude auf ein Jubiläum vor, im nächsten Jahr 2007, 400 Jahre Paul Gerhardt. Es wird gesägt, gehämmert, verputzt. Die Tür zur Küche steht auf und ich gehe hinein. Es riecht nach Staub und frischer Farbe. Ich denke, hier hat er gelebt. Hier liegt er begraben. Bilder, Kunstwerke, der Altar, die Kanzel sind mit Folie und Tüchern bedeckt. Die Bauleute auf den Gerüsten streichen die Chorwand. Niemand nimmt Notiz von mir. Von irgendwoher dringt ein Radio. Über Paul Gerhards Grab klingt Antenne Brandenburg. Entschuldigung, können Sie mir wohl sagen, ob hier in der Kirche irgendwelches Informationsmaterial rumliegt über Paul Gerhardt, den Liederdichter, der hier in Lübben gelebt hat und der hier in der Kirche begraben liegt? Keine Antwort. Ich meine, Paul Gerhardt, den Liederdichter. Ich merke, dass der gar nicht mehr so jungen Mann, keine Ahnung hat, wovon ich spreche. Wen meinen Sie, Paul Gerhardt? Wer soll das sein? Hier in der Kirche? Tut mir leid, aber das weiß ich nicht. Ich bin aus der DDR, da war das ja nicht so mit Kirche und war auch gefährlich. Also da kann ich Ihnen nicht, fragen Sie doch mal drüben im Kirchenbüro nach, als Montag heute. Keiner da. Also tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und dann streicht er weiter. Meine Tieres, Kinder, hohen, auf und singe schön. Ich will den Herrn loben, ihr breiten auf dem Bild. Ich will den Herrn loben, ihr breiten auf dem Bild. Der Herrn, der Gott, ihr bestreisen, zur Zeit der Ungersbrühe. Macht schöne, rote Wangen, aus meiner Regenfalle. Und in jeder Sinkeswangen, ihr reist er aus der Falle. Zehn Jahre vor dem große Krieg zu Prag seinen Anfang nahm und seine furchtbaren Krallen legte aufs deutsche Land und die Zähne schlug über 30 Jahre in so vieler Menschenherz, wurde ich, Paulus Gerhard, am 12. März 1607 zu Gräfen Heinigen im Kursächsischen geboren. Eine kleine Stadt und unter tausend Seelen war ich nun eine von ihnen. Der Vater, Gast und Landwirt und Bürger und Braumeister. Die Mutter aus geistlichem Hause. Tochter des Weiland streitbaren Superintendenten Kaspar Starke von Eilenburg. Was kann wohl werden aus mir? Eine Mixtur von Bier und Brot und Bibel. Man wird sehen. So viele Menschen saßen am häuslichen Tische. Vater und Mutter und Knecht und Mägde und Kostgänger und Hütejungen und die Großeltern. Dazu wir Kinder. Christian, Paul, Anna und Agnes. Ich war der Zweite und immer war auch der gute Gott unser Gast. Nun danken all und bringen wir, ihr Menschen auf der Welt. Die Himmelsen, o Gott, der Engel, ihr im Himmel stets vermeldet. Herr und der Freund und singt mit Schall Gott unserem höchsten Gut. Gott, der seine Wunder überfallen und große Dinge tut. Er gibt uns mein Fröhlichherz, erfrischte Geist und Sinn und werf all uns durch Sorg und Schmerz ins Meeres Tiefe hin. In Knabenjahren gab mir die Stadtschule zu Gräfen Heinchen erste Leitung in Schreiben und Rechnen, in Sprachen, Religio und Gesang. Sie lehrte mich Einsicht, Weitsicht, Nachsicht, Zuversicht. Sie lehrte mich Schönheit, Musiker und Poesie. Die gültene Sonne, voll Freude und Wonne, bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Die gültene Sonne, voll Freude und Wonne, bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen, ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haut und Gläder, die Lagen gab mir. Kappern und Stich, bin wunder und fröhlich. Schaufe den Himmel, wie zu meinem Gesicht. Schaufe den Himmel, wie zu meinem Gesicht. Die besten Bühne sind unsere Bühne. Handbare Lieder sind Beirau und Bieder, an welchen wir sich abreißen, der Bühne. Amen und Morgen sind seine Sorgen, Siegne und Bühne und mit Verwehren sind seine Ferne und Tagen allein. Wenn wir uns liegen, so ist er zugegen. Wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen, über uns seiner Barmherzigkeit schein. Lauf auf ein Herz die Freude, neben Fahrers freune Schicht, wie kommt nach großem Leib. Nun ein so großes Lied, mein Heim und Gott verliebt, da vor ein Lied sind Welt. Wenn von uns unser Geist im Himmel ist der Leib. Am Gasthaus-Tische war uns die Welt zu Gast. Die Kleine, die Große und all ihre Streitigkeiten und Sentenzen. Geht mir nur weg mit der welchen Religion, dem Calvin, dem Fremdling, dem reformierten Hund. So in Brandenburg und Preußen sein Unwesen treiben, von der Krone hofiert und den Katholischen. Ich, ich bleibe meinem alten Lutter treu und sage, hier stehe ich und will nicht anders. Verordnen und Toleranzen lasse ich mich nicht und Freundschaft mir nicht vorschreiben. Fortschrittsglaube, Fürstenwille, da spuck ich drauf. Kommt und lasst uns grüßt und spüren, herrscht und stimmen zu ihm kieren. Sinnet, fröhlich, lasst euch hören, wird es voll der Größenheit. Sünd und Fälle las sich grämen, Tod und Teufel las sich schädeln. Wir in unserem Einwand nehmen, Werfen, fallen, um an ihn. Siehe, das Gott hat geblieben, seinen Sohn zum Frieden blieb. Dieser Kampf und Bild und Segen aus dem Leibn ins Himmelskreuz. Ein anderer Straf. Und mögen sie es auf Aberglaume heißen und verbieten wollen, wenn wir Lutheraner bei der Taufe den Teufel ausblasen. Ich sage euch, es kommt einmal die Zeit, wo es heißen wird, in meinem Lande soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Und wieder ein anderer redete mir direkt aus meiner jungen Seele. Schlaft nicht, wenn die Ordner der Welt geschäftig sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass euer Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Munde nicht erwartet. Seid unbequem, seid Sand und nicht das Öl im Getriebe der Welt. Um ziviler Courage war mir und blieb mein geistlicher Großvater zu Eilenburg ein Vorbild, wenn er den landesherrlichen Befehl verweigerte, ein Kalvinist zu werden und sich den Reformierten anzuschließen. Er wurde des Dienstes als Superintendent getoben und des Landes verwiesen und predigte doch auf freien Felden vor seiner Bürgerschaft. Als ich selber nun war Baccar Laureatus und Majorin und im 21. Jahr zog ich nach Wittenberg auf die hochgerühmte Universität als Studiosus der Theologie. Näher konnte ich dem Wirken und Glauben Martin Luthers nicht kommen. Kräuter Amen. Vom Himmel hoch, da komm ich her, ich bring euch guten neuen Meer. Der guten Meer bringt die Sophia, davon ich singe und sage dir. Heute ist ein Kindlein heulgeboren, von einer Lumpfrau aus erboren. Ein Kinderlein so zahm und fein, das soll euer Freund und Worte sein. Es ist der Herr, es ist unser Gott, der will euch für aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden kraften sein. Ja, Wittenberg, hier will ich bleiben. Ich stehe an deiner Krippe hier, oh Jesus, mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seh und Mut, nimm alles hin. Und lass dir's wohl befallen. Ich sing' dir mit Herz und Grund, Herr meines Herzens Lust. Ich sing' dir mit Herz und Grund, was mir von dir verbrust. Ich weiß, dass du der Grund, der Gnade und die Gewelle bist. Da Haus und Fallen, Trüm und Schad, die Heil und Todes fließt. Was, was hier noch, was haben wir auf dieser Rangeneir? Das unser Vater nicht von dir allein gegeben wird. Fröhlich, voll, mein Herz schritten. Dieser Zeit darf auch Freude allen Engel singen. Bürger, wie mit vollem Chören allen uns lauter Ruf, Christus ist getroffen. Heute geht aus seiner Kammer Gottes hält, der die Welt reist aus allen Jachua. Gott, der Mensch wird Mensch zu Bote, Gottes Kind, das verbindt sich mit unserer Blute. Der große Krieg kam und die Pest rückten beide mir in die Nähe und setzten sich wartend auf meine Schwelle, die offene Urnau auf dem Schoß. Beide Eltern starben mir, als ich noch im Knaben- und Jünglingsalter. Mich aber verschonte ein gnädiger Gott. Gott, der Mensch ist getroffen. Gott, der Mensch ist getroffen. Gott, der Mensch ist getroffen. Jesus, Gott, der Mensch ist getroffen. der Kraft gegeben. Wir wieder hin und wandern von einem Jahr zu andern. Wir leben und bebeilen vom Alten bis zum Neuen. Durch so viel anzuplanen, durch Sitter und durch Sahnen, durch Krieg und große Schrecken, in alle Weltbedenken. Gelobt sei deine Treue, die in alle Wochen Neue, durch zwei Schrauben trennen, die neues Herzleid fänden. Meine Geburtsstadt wurde zerstört bis auf den Grund, warum nur wir Menschen nicht in Frieden leben können. Warum nur wir nicht all unser Können und Sehnen und Wissen auf Frieden richten und Großmut und Liebe unter uns. ZANG EN MUZIEK 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 Amen. O Christen, ohne wehren, auf das uns doch Gott sagte zu, es riege Schluss der Waffenruhe und all des Unglücks Ende. 1637, der Krieg war schon im 20. und ich selber im 30. Jahr. Krieg und Pest und Brand und Mord und Plünderei. Mein Bruder Christian starb in dieser Zeit. Und ich, was soll ich tun? Was soll ich werden? Die grüne Sonne, Volle Freude und Borde. Willst du mir geben, womit mein Leben? Ich kann ernähren, so lass mich hören, allzeit im Herzen dies heilige Wort. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Größte und aller Miste, aus allen Schätzchen, der Knie und Beste. Gott ist das Größte, 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 Gott ist das Größte, der Knie und Beste. Du solltest ein Pfarrer werden. Und so tat ich es ihr und mir und wohl auch dem Himmlischen zu lieb. Wovon aber leben in der Zeit davor, wenn es nicht nur vom Brote sein sollte allein. Und so nahm ich einen Erwerb als Hauslehrer beim Oberpfarrer der Wittenberger Stadtkirche an. In Wittenberg nun wurde mir der Grund gelegt für den Glauben und die Saugende Liebe Gottes. Er redet mit uns durch sein Wort und wir reden mit ihm durch Gebet und Lobgesang. Schrei. Etang mit ihm durchgelegt und wir reden mit ihm durchs his club. Ose hat er in den Glauben und die Saugende und die Saugende Menschen ver tea. Ose hat er in den Glauben und sie diisy. Amen. 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 Wittenberg wurde mir ein frohes und gutes Pflaster, wo ich mich ganz an Martin Luthers Lehrer anschloss und Concordia gelobte. Ich werde, so Gott Gnade gibt, im folgenden Bekenntnis bis an mein Lebensende verharren. Befestigung nach innen, Abgrenzung nach außen und allen Andersgläubigen gegenüber keine Toleranz. Amen. Ein großes Versprechen, das mich einmal Amt und Verdienst und Heimat kosten sollte, aber alles andere wäre Verrat gewesen. Verrat und Fürstenknechterei Amen. 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 Wenn die Seele wie ein irres Licht flackert zwischen Werden und Vergehen, wenn es mir an Trost und Rat gebricht, wollest Gott, du, an meiner Seite stehen. Wenn ich deine Hand nicht fassen kann, nimm die meine, du, in deine Hände. Nimm dich meiner Seele glädig an. Führe mich zu einem guten Ende. Aber werde ich als Pfarrer und Seelsorger benügen, den Menschen. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Bin ich doch eher ein Buller, denn ein Kämpfer, eher ein Glaubender, denn ein Revolutionär. Es wirkte nun aber an Sankt Nikolai ein wunderbarer, ein begnadeter Mann als Organist. Johann Krüger, eher ein Begnadeter. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lobet den Herrn, alle die ihn ehren, lasst uns mit Freuden seinen Namen singen. Lobe den Herrn, alle die ihn ehren, lasst uns mit Freuden seinen Namen singen. Untertitelung des ZDF, 2020 Johann! Johann! Johann, du bist grandios! Ist er nicht grandios? Na klar! Ist auch von Ihnen. In Berlin heirate ich meine ehemalige Schülerin, Anna Maria Berchtold. Und vieles jünger als ich, aber ich liebe sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dein einfachen Schrauben war. Du musst den Spruch bedenken, den ich zuvor betrug. Willst du dein Herz mir schenken, so fahr es eigentlich an. Bin ich wirklich schon 48? In mir ist Frieden. Endlich einmal. Meine Tochter wird uns geboren und stirbt schon nach wenigen Tagen. Von fünf Kindern überlebt uns nur Paul. Nicht aufgehen. Nur glauben, glauben und abgeben. Amen. 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 Gott geboren, mit einer neuen Brunnen, und auch sonst schön beziert, mit höchster Bier und Zier. Jetzt aber hoch schimpfieren, gegrüßet seist du mir. Wenn ich einmal voll scheiden, so scheiden nicht von mir. Wenn ich im Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir ab aller Pängsel wird um das Herz es rein. So heiße ich aus den höchsten Kraft deiner Angst und Fein. Berlin aber, nein, Berlin wurde mir nicht zum Teil. Verlangte Dr. Fürst, submiss es Friedrich Wille, Urfürst von Brandenburg, in rigorosem meine Zustimmung und all meiner Pfarrkollegen im Land zu einem Edikt, welches seinen reformierten Glauben zur Landesreligion machen sollte und welcher Glaube der Lehre des Dr. Martin Luther und meinem Bekenntnis so sehr zuwiderlief. Ich werde, so Gott Gnade gibt, in diesem Bekenntnis bis an mein Lebensende verhangen. Amen. Das Brot ich ess, des Lied ich sing, ja, der Kurfürst will segeln, sein Land jedermann öffnen und ganz auf den Kopf stellen. Wir Lutheraner aber, wir wollen ankern und bleiben und Land gewinnen. Nein, 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 ich konnte und konnte diesem Edikt nicht zustimmen und mich dem Fürsten unterwerfen und sollte alsbald aus meinem Amt und Verdienst verschwunden werden und viele mit mir. Es geriet nun noch in dieser schweren Zeit mein liebes Weib ans Sterben und sprach Halte du aus, mein Paul und schäme dich des Evangeliums Christi nicht. Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott segne dich. Und so ging ihr Atem aus. Ich danke dir, mein Herz. Gib dir zufrieden und sei stille, Gib dem Porten deines Lebens, Gib dem Porten deines Lebens, Sind die Mut aller Freude receắm, denn in der Welt so wie知 You der Gehe in der Fed so lieb, burning, warum jeder Gehe in der Welt so düblichere people O deiner Wunde, gib dich zufrieden. Dir malen Vögel in den Hellern, ihre steines Hirnlein heitend, der Schaf und Rinder in den Fellern, alle Tage tränkt und speifelt, der wird die Wehrigkeit empfüllen und dein Begehr und Notluft stillen. Geben, gib dich zufrieden. Die halbe Stadt Berlin und viele im Land kamen mir zu Hilfe und wollten mich in meiner Stellung halten. Zogen vor's Schloss, war ich doch schon berühmt und eine Zierde der Residenz. Der Kurfürst selbst beugte sich endlich herunter zu mir, starren Gottes Mann. Zu unterschreiben verlange ich gar nicht von ihm und öffentliche Bekennung zu mir und meinem reformierten Glauben. Er soll doch nur unter heimlicher Formel schwören, sich seiner Stimme zu enthalten und nichts gegen mich und die Reformierten lautstarten lassen. Heimlich, hört er, noch von Kanzel und Altar gegen alle Andersgläubigen hetzen und keinen Schimpf mehr schäumen gegen uns. Ich sage ihm, Gerhard, Friede soll sein, beeile er dies in meiner Gegenwart und dann lebe er weiter in Lohn und Brot hinfort als Prediger an Sankt Nikolai. Das konnte ich und durfte nicht gelogen. Mein Gewissen hätte mich ins Grab geworfen. Majestät, man muss Gott mehr behorfen als den Menschen. Und so wurde ich endlich aus meinem Dienst entlassen und des Landes Brandenburg verwiesen. Wie viele Pastores gleich mir, die auch nicht unterschrieben. So wird noch ohne Zweifel Gott nicht zurückgelegt, was er sich vorgenommen und was er waren will. Das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Da erreicht mich ein Brief. Der Rat der Stadt Lübben im kursächsischen Lande stellt einem gewissen und hochlöblichen Prediger, Paulus Gerhard, das ansinnenbar, am neuen Gotteshause zu Lübben eine Predigt zur Probe zu halten. Eine Predigt im reinen Luthertum, um nach einem solchen Exerzitium und bei Gefallen Womögen in Diensten genommen zu werden. Mit einem gewöhnlichen Pferdewagen werde ich abgeholt. Auf dem man einen Sessel gestellt. Aber ich bin nicht zifferlich. Auf dem Bock ein Kutscher, der sich nicht einmal nach mir umdreht. Eine lange Reise zwischen Berlin und Lübben und eine sehr schweigsame dazu. Paul Gerhard, den Namen hatte der Kutscher nie gehört, meine Lieder kennt er nicht. An Lübbenstoren aber werde ich in Ehren vom Schuldreißen empfangen und den Ratsherren vollem Ornat und werde von ihnen und unter Orgelklang in die Kirche geleitet, die gut gefüllt und mir hundertfach entgegenleuchtet aus erwartenden Augen. Paul Gerhard, den Namen der Kutscher, der sich in Ehren vom Schuldreißen empfangen. Paul Gerhard, den Namen der Kutscher, der sich in Ehren vom Schuldreißen empfangen. Paul Gerhard, den Namen der Kutscher, der sich in Ehren vom Schuldreißen empfangen. Wenn das reine Quellwasser des Evangeliums verschmutzt wird und die Gnade verdunkelt, wenn Christus zweideutig wird, wenn die ewige Seligkeit ins Wanden gerät, dann geht es um Leben und Tod. Das Bekenntnis, in welchem man von Juden auf vor Gott und der Welt gewandelt hat und wovon der Heilige Geist uns täglich Zeugnis gibt, solch ein Bekenntnis hinzugeben, weil ein anderes von der Obrigkeit verordnet ist, vom Könige, das ist ein hartes und mir unmögliches Werk. Daum stehe ich vor euch als ein Vertriebener. Amen. Meine Predigt gefällt, der Rat hat Beliebung geschöpft. Und ich werde 1669 nach Lübben als Prediger berufen. Kaum zurück in Berlin erreicht mich schon die Urkunde des Konsistors. Und so trete ich die beschwerliche Reise nach Lübben ein zweites Mal an und guten Muts. Allerdings ist das Pfarrhaus in einem katastrophalen Zustand. Ich erschrecke von Herzen, als ich die Räume sehe und allen Dreck und Unrat darin. Hinterlassenschaften des Krieges, freilich. Fehlende Fensterscheiben und vor allem ein unsäglicher Abort. Und nehme Rede und verlaute mich, dass ich in einem solchen Hause unmöglich bleiben könne. Ich verlange ja durchaus keinen adeligen Sitz, meine Herren. Aber doch eine Wohnung, worin ich mich notdürftig aufhalten kann, zum Beten und Ruhigen studieren. Dieses hier, werte Herren, ist mit Verlaub ja geradezu baufällig und eigentlich noch nicht einmal ein Schweinstein. Puh, diese Gesichter und Tuscheleien in der Stadt. Was will er denn? Dem alten Pfarrer war doch die Unterkunft auch recht. Jetzt kommt so ein Städter aufs Land, hat hohe Ansprüche. Soll es dem Pfarrer besser gehen als uns? Warum braucht er so ein feudales Haus? Will er Bierhandel aufmachen und einen Ausschank, dass er so eine große Stube braucht? Schaut, schaut doch sein Alter, 62 Jahre, kann so einer überhaupt noch dritten steigen. Und wenn die Pest wiederkommt, ich sag's euch, dann ist er weg und lässt die Gemeinde im Stich, so ist es. So ging es lange Zeit. Und mir war dunkel und bedrückt in Lübben zumut. Endlich aber kamen wir doch miteinander zurecht. Das Pastorat wurde trefflich renoviert und wurde mir ein schönes Zuhause. Sieben Jahre waren mir in Lübben beschieden. Nur die Lust an ein anderer mich, die Lübben an mir, die meiner an Lübben und vor allem meine Lust an mir. In Lübben schreibe ich mein letztes Lied. Lübben. 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 Alle Wälder, die Menschen, Städt und Fälder, es schlägt die ganze Welt. Ja, aber meine Signen, auch auf ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohl gefällt. Eines ist notwendig, hier in unserer alten Welt mit Heimatlosen und Flüchtlingen, dass du dich in dir festigst. Dann geh in die Dunkelheit und putze den Ruhst deiner Lampe, damit die Menschen, die unterwegs sind, einen Funken Licht erblicken in deinen bewohnten Augen. Der Tag ist nun vergangen, die grünen Sternlein langen. Am blauen Himmelsaal, als oben mich auch schieben, wenn ich mit Meisen gehen. Mein Gott, aus diesem Jandertal. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und der Angst, die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem Wort, mit deinem Trost und deinem Segen. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und Gnade. Gnade und 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 G Ich gehe nun nach Haus. Lebt wohl alle, die ihr an der Orgel da oben so trefflich mich im Leben begleitet habt und musiziert mir habt auf der Lebensbahn. Ihr Krüger und Ebeling, Hinze und Schmiede und Häger und wie ihr alle noch heißen mögt. Ich danke euch von Herzen und gehe nun nach Haus. Auch heut ihr meine Leben sollt heute nicht betrüben. Kein Unfall noch Gefahr. Gott lasst euch seelisch schlafen. Stellt euch die büllen Paten. Großbett und seine Engelschaft. Stellt euch die büllen Paten. Stellt euch die büllen Paten. Stellt euch auf's. Vielen Dank.